Kennst du das auch? Du hast ein DIY-Projekt geplant, aber das lästige Nageln und Tackern raubt dir die ganze Freude daran. Nicht nur, dass es unglaublich zeitaufwendig ist, es kostet auch noch unheimlich viel Kraft und tut oft sogar weh. Es ist einfach frustrierend, wenn man kein Werkzeug hat, das einem diese Arbeit abnimmt. Aber was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass es eine Lösung gibt? Ein Werkzeug, das dir das Nageln und Tackern kinderleicht macht und dir dabei Zeit, Energie und Nerven spart. Ich spreche von dem neuen Elektro-Tacker, der nicht nur deine Arbeit erleichtert, sondern auch dafür sorgt, dass du endlich wieder Spaß an deinem DIY-Projekt hast. Deswegen wollen wir heute drei verschiedene Modelle von Elektro-Tackern aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder einen der Elektro-Tacker bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, so dass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Neumaster NTC-0060. Eine vielseitige 2-in-1-Nagelpistole und Tacker, die zahlreiche Anwendungen für allgemeine Reparaturen, Textilarbeiten, Möbelpolsterung und vieles mehr bietet. Diese Nagelpistole ist elektrisch und benötigt keinen Kompressor, was die Arbeit erleichtert und effizienter macht. Der Schnellverschluss und der überformte Griff sorgen für eine bequeme Handhabung und helfen, Griffermüdung bei langen und anstrengenden Aufgaben zu vermeiden. Mit 30 Schüssen pro Minute und einem Sichtfenster zur Anzeige der Nagelqualität und Nachfühlzeit wird die Arbeit schnell und effizient erledigt. Außerdem verfügt das Gerät über einen Power-Einstellknopf, mit dem du die Nagelstärke einfach an die Anforderungen der Arbeit anpassen kannst. Dieses praktische 2-in-1-Kombigerät ist der perfekte Alleskönner für dein Zuhause, deine Werkstatt oder deine Bastelstube. Mit umfangreichem Zubehör und einem 2 Meter langen Kabel für größere Reichweite und Effizienz wird das Neumaster NTC-0060 sicherlich dein neues Lieblingswerkzeug sein. Teste ihn jetzt und erleichtere dir dein Leben. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du dir den Elektro-Tacker auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Bosch Elektro-Tacker PTK14EDT. Bist du auf der Suche nach einem zuverlässigen und vielseitigen Elektro-Tacker, der dir bei deinen DIY-Projekten und Heimwerkarbeiten eine große Hilfe sein kann? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Der Bosch Elektro-Tacker PTK14EDT. Mit seinem innovativen Duo-Tack-System kannst du schnell und materialgerecht befestigen. Mit ein oder zwei Klammern bis zu 14 mm Länge. Egal ob du Polsterstoffe, Leder, Folien oder Pappe befestigen möchtest. Mit diesem Tacker erziehst du immer ein perfektes Ergebnis. Dank der elektronischen Schlagkraft-Einstellung ist auch das Arbeiten mit unterschiedlichen Klammerlängen und Materialarten kein Problem. Der Tacker liegt mit seinem Soft-Grip-Griff sicher und bequem in der Hand. Das einfache Push-Plus-Release-System sorgt für eine kontrollierte Schlagauflösung. Einfach die Tacker-Nase auf das Werkstück drücken und den Schalter betätigen. Das Klammer-Magazin ist einfach zu bestücken und verfügt über eine praktische Nachfühlanzeige, so dass du immer weißt, wann es Zeit ist, neue Klammern einzulegen. Mit diesem Bosch Elektro-Tacker hast du ein Werkzeug, auf das du dich verlassen kannst. Ob du nun Möbel polsterst, Dämmmaterial anbringst oder Kabel verlegst. Dieser Tacker wird dir dabei helfen, deine Projekte schnell und einfach umzusetzen. Alle weiteren Infos zu diesem Elektro-Tacker kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller, den Novus Elektro-Tacker J165 Profi vorstellen. Du bist auf der Suche nach einem zuverlässigen Elektro-Tacker für dein nächstes Projekt, dann ist der Novus Elektro-Tacker genau das Richtige für dich. Mit seiner sehr rückschlagarmen Funktion eignet er sich perfekt für Vertäfelungsarbeiten und das Befestigen von Standard-Profilholzkrallen. Mit diesem Tacker hast du eine präzise Arbeitsweise und kommst auch an schwer zugänglichen Stellen gut zurecht. Dank der Hinterlademechanik mit dem integrierten Klammernschieber, Expressstörungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster hast du alles im Griff. Der Tacker verarbeitet schmal Rückenklammern bis zu 26 mm Länge und Nägel bis zu 25 mm Länge. Die elektrische Schlagkraftregulierung garantiert für jede Arbeit die richtige Schlagkraft, egal ob du Weichholz oder Hartholz verwendest. Eine nicht vollständig eingetriebene Klammer kann durch die Nachschlagfunktion nachträglich eingetrieben werden. Mit seiner extra schmalen Nase kannst du präzise und direkt Profilhölzer in der Nutwange befestigen. Teste den Novus Elektro Tacker und erleichtere dir deine Arbeit. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Elektro Tacker.